Der siamesisch-kambodschanische Krieg 1603 war eine militärische Auseinandersetzung zwischen dem Königreich Ayutthaya und Kambodscha. Vorgeschichte Zum Ende des siamesisch-kambodschanischen Krieges 1593 zu 1594 floh König Sata nach Luang Freibeng, der sich vorher vergeblich an die auf den Philippinen sitzenden spanischen Kolonialherren gewandt hatte, deren Truppen kamen zu spät um noch in den Krieg eingreifen zu können. Sie erreichten Kambodscha 1597, töteten den Usopator auf dem Thron und setzten einen der Söhne Sathas als Barom Ritchi II auf den Thron. Da die meisten Kambodschaner keine Einmischung äußerer Kräfte auf ihre Thronfolge wollten, kam es zu einem Aufstand, während dem Phnom Penh genommen und die Spanier getötet oder vertrieben wurden. Auch der von den Spaniern eingesetzte König Barom Ritchi II. wurde getötet. Anschließend jedoch wurde das Land von drei inkompetenten und korrupten Monarchen regiert, so dass die Mutter des ehemaligen Königs sich an König Noris I von Ayutthaya um Hilfe wandte. Verlauf König Noris I von Ayutthaya stellte ein Expeditionsschir von 6000 Mann auf und übergab dem kambodschanischen Prinzen Siri Sufima dem Befehl über die Streitmacht. Sie drang in Kambodscha ein, überwältigte den Widerstand der Aufständischen und brachte den Prinzen als König Barom Ritchi IV. auf den Thron von Kambodscha. Als Gegenleistung für die Hilfe Siams verlangte Noris I die Oberhoheit über Kambodscha, was Barom Ritchi IV. zu einem Vasallen von Ayutthaya machte. Folgen Das kurze Zwischenspiel Spaniens in Südostasien markiert den letzten nennenswerten Kontakt Kambodschas mit europäischen Mächten bis zur Ankunft der Franzosenmitte des 19. Jahrhunderts.